heute soll es mal wieder um den hier gehen ja mein 230 volt led streifen den ich mal gezeigt hatte hatte ich damals ja schon gesagt ist nur so mäßig gut entsprechend habe ich nie wirklich eingesetzt aber hey ist weihnachten kann man ja ein bisschen was zumindest damit anfangen oder insgesamt möchte ich dann jetzt zwei probleme lösen nummer eins stromversorgung möglichst nicht mit 230 volt und nummer zwei ein bisschen steuern ich meine das ist kein neopixel das heißt so farben geht sowieso nicht einzelne leds ansteuern auch nicht aber hey zumindest an ausdimmen und so das wäre schon ganz cool das thema stromversorgung das habe ich hier schon mit dem ding hier gelöst das ist ein step up converter der geht hier von 12 volt die reinkommen auf in dem fall ja 80 volt ihr seht ich habe einfach den streifen direkt angeschlossen 80 volt ist niedriger als das was bei 230 volt sinnvollerweise rauskommt aber wenn wir hier mal einschalten dann sehen wir auch hier es leuchtet so ein bisschen ich denke damit kann ich leben eventuell noch ein ticken heller sieht jetzt hier ganze 30 milliampere wenn ich das richtig sehe also alles überschaubar problem an der sache na wie gesagt ich wollte ja möglichst steuern und dimmen das heißt also da muss noch irgendwas mikrocontroller dahinter das heißt also ja entweder ein esp oder wenn wir mal hier hoch gucken hier ist meine led wand entsprechend haben wir hier auch noch ein raspberry pi liegen da ist bestimmt auch ein bisschen gpio offen vielleicht kann man damit auch was machen aber naja 80 volt ist halt auch eine etwas höhere hausnummer da kann man nicht den x beliebigen mosfet aus der kiste nehmen das heißt ich gehe dann jetzt mal auf die suche was ich noch so an fetz da habe und ob da irgendwas dabei ist was so hohe spannungen schalten kann möglichst auch ein bisschen höher wie gesagt 80 volt ist ein bisschen dunkel wenn ich ohnehin dimmen kann in software dann wäre ein bisschen mehr schon ganz gut na gut gehen wir mal suchen also wir wollen irgendwas zum schalten schön wäre ein endchannel mosfet spannung wir haben jetzt ja gesehen da hier sind 80 volt wenn ich höher gehe sagen wir mal selbst wenn ich auf volle helligkeit gehen würde dann sind wir irgendwo bei 2 300 volt also sagen wir mal 450 500 volt sollten das minimum sein das ding aushalten kann stromüberschaubar keine ahnung halbes ampere sollte locker ausreichen aber ich will es ja auch an einem mikrocontroller mit 3,3 volt betreiben das heißt am gate sollte der 3,3 volt aushalten wenn man dann jetzt online mal guckt dann findet man auch dinge hier zum beispiel von rose semiconductor der rdd 023 n 50 500 volt passt 2 ampere passt auch und wie sieht es mit dem gate aus hier gate threshold zwischen 1 und 2 volt das klingt doch schon mal gut haben wir auch eine schöne diagramm zeichnung davon und ja das sieht doch schon ganz gut aus also wenn wir hier gucken 3,3 volt da sind wir locker hier oben das heißt also wir steuern das ding problemlos durch und erreichen auch locker unsere halbes ampere was wir haben wollen wenn uns das jetzt nicht technisch genug ist dann könnte man auch noch moderner gehen hier zum beispiel von infineon ein igld 60r 190d1 und das hier ist ein gun die klassischen transistoren die bestehen üblicherweise aus silizium das hier nicht mehr oder nicht mehr vollständig sondern stattdessen nutzt man hier gallium nitrit das ist eine relativ neue technik entsprechend dann auch ein bisschen teurer wenn wir gucken 600 volt okay 23 ampere also hält deutlich mehr aus und auch hier haben wir bestimmt wieder irgendwo eine tabelle so hier ein bisschen anders und wenn wir gucken irgendwo bei 3 volt sind wir auch locker irgendwo bei zwischen 15 und 20 ampere die wir damit betreiben können beide haben aber zwei probleme nummer eins naja die dinger müssen erstmal lieferbar sein aktuell haben wir ja so ein bisschen komponentenknappheit nummer 1,5 zumindest beim gun typ der kostet irgendwie über 10 euro der andere ist nicht so teuer hier der silizium der kostet unter einem euro aber das ist schön wenn er einen euro kostet naja nur für jetzt einen transistoren das ganze zu bestellen und hier hinschicken zu lassen er kommt dann porto ich muss wieder warten ich glaube bis dass das das hier ist ist dann weihnachten vorbei und ich deutlich ärmer also schön dass es sowas gibt ich hab's aber nicht hier also gucke ich einfach mal was ich so an transistoren hier bei mir in der kiste finde also schauen wir mal was ich hier noch so rumliegen habe als normale tüten mosfets sage ich mal oder alles mögliche wie ihr seht die meisten was ich habe das ist smd das ist jetzt unschön um hier einen transistoren zu löten aber mit ein bisschen pinzetten magie geht auch das der standard mosfet den ich normalerweise überall drauf haue das ist der hier si 2302 der reicht halt für so die üblichen 5 volt und 12 volt sachen aber wenn wir hier ins datenblatt gucken vds 20 volt ja ich glaube da sind wir ein bisschen weit entfernt nächste rolle wäre das hier zum beispiel der mm was ist das mm bt 22222 a das ist zwar ein bipolar transistoren aber dafür halten die meistens mehr aus aber auch hier vceo also kollektor emitter 40 volt immer noch zu wenig was haben wir noch hier rumliegen wir haben die hier das ist eine stange ir fz 46 n sind schon ein bisschen älter aber auch hier nicht wirklich zum einen 55 volt ist ein bisschen dünn und zum zweiten auch wenn wir unten gucken bis zu 4 volt threshold spannung am geld also das würde uns ohnehin nichts helfen ein bisschen besser wäre dann der irlz 44 n da habe ich noch ein paar gebrauchte die können wir schalten aber auch hier 55 volt so mehr kann ich jetzt auf anhieb nicht im regal finden also gehen wir mal gerade rüber und gucken uns das ganze noch im bestandssystem an ob ich da irgendwas eingetragen habe ja mal kurzer blick hier in meine bestandsverwaltung da ist zwar nicht alles drin aber vielleicht findet sich ja was 45 volt 100 volt 10 ampere der klingt okay aber nur fünf stück da ob ich die nimmer finde das haben wir noch 50 volt 50 volt 20 volt hier ist noch ein fett mit 100 volt 15 n 10 klingt so als ob man uns die mal angucken können habe die dumpfe befürchtung das brauche gar nicht zu probieren also an transistoren habe ich so offenbar nichts im bestand was hier passt schlecht aber es gibt ja zum glück noch eine andere quelle wo man transistoren herbekommen kann nämlich alte geräte also erstmal geguckt das erste was mir aufgefallen ist ist hier das ding das ist so ein heizbett kontroller vom 3d drucker was darauf verbaut ist ist der ha 210 n 06 und das ist schon imposantes teil zumindest wenn man andere anforderungen hat denn auch hier datenblatt sagt ja 210 ampere klingt toll aber 60 volt leider nicht mehr fündig geworden bin ich dann aber bei jenem teil hier das wort das ist ein controller von einem wechselrichter das heißt also das ding wird dafür benutzt um aus batterien eine netzspannung quasi zu erzeugen womit man dann geräte betreiben kann bei netzspannung können wir denke ich schon mal davon ausgehen dass das ding bisschen mehr ab kann das heißt also die spannung sollte schon mal in die richtige richtung gehen natürlich muss allerdings erstmal das passende ding finden die oberen sehen wir zum beispiel die haben nur zwei beinchen ich denke da können wir relativ sicher davon sein auch weil die beschriftung d ist dass das dioden sind dioden helfen uns nicht wir wollen schalten und ja bin dann am ende hier bei dem gelandet dem toshiba k 26 11 hauptsächlich weil er halt so einfach zu lesen war und ich entsprechend erst mal nach dem gesucht habe und wenn wir uns hier mal ein datenblatt von so einem 26 11 angucken das sieht doch gut aus 900 volt mehr als ausreichend 11 ampere sehr schön und nope vgs threshold also ab wann er einschaltet irgendwo zwischen drei volt und fünf volt wir haben nur 3,3 volt also eher nein können wir wahrscheinlich auch wieder in den diagrammen gucken da steht es wahrscheinlich noch mal so dass was genauer sehen genau und wenn wir hier gucken das hier ist jetzt die gates source voltage und wie viel überziehen können und hier sind wir schon bei fünf volt hier sind wir bei vier das heißt also bei unter vier volt ist überhaupt nichts angegeben das bringt uns so nicht weiter dummerweise waren alle anderen dinge die auf dem board drauf sind auch nicht besser von daher müssen wir improvisieren wir wissen jetzt also wir brauchen hier eine steuerspannung die über fünf volt zum beispiel ist wir haben aber nur 3,3 volt moment mal wer sagt denn dass wir direkt hier den steuern müssen denn am ende naja wir können ja einfach mehrere transistoren hintereinander schalten der hier der schaltet unsere 100 volt sagen wir mal braucht aber fünf volt am eingang und dann holen wir noch einen anderen transistor der dann eine geringere gage spannung hat mit den 3,3 volt von unserem mikrocontroller problemlos zurechtkommt und den nutzen wir einfach um das gate zu schalten sagen wir geben einfach zwölf volt zum beispiel drauf ich glaube der hier hatte der war der zwölf volt fähig ja sieht gut aus bis 30 volt können wir das heißt wir geben einfach zwölf volt drauf weil zwölf volt habe ich halt in der nähe das ist meine eingangsspannung wo draußen ich die 100 volt generiere ziehen entsprechend über einen vorwiderstand das geld die ganze zeit auf zwölf volt und nutzen einen anderen npm mosfet um den gegen ground zu ziehen wenn man signal drauf geben das hat jetzt einen nachteil und zwar das ding ist jetzt plötzlich invertiert das heißt wenn man mikrocontroller einen high pegel ausgeben geht die lampe aus und wenn man low pegel ausgeben geht die lampe an aber das können wir ja problemlos in software dann ausgleichen und somit sollte das eigentlich ja funktionieren oder ich glaube das klingt nach einem plan also gehen wir mal eine runde löten was hier gelötet wird das haben wir eben ja schon gesehen am schaltplan das heißt das sollte relativ klar sein wenn man schaltpläne lesen kann und wenn wir mal hier mit dem großen anfangen einfach mal zum test jetzt hier strom drauf geben per hand und wieder weg machen und sehen hier der led streifen geht ein und aus das ist zwar jetzt nur 12 volt streifen aber ich denke wir können schon mal relativ sicher sagen dass der hier noch funktioniert und auch schalten kann und dann noch mal mit dem zweiten der auf ground ziehen kann das ist jetzt wieder ein anderer der war halt hier gerade auf dem tisch ist aber ein ganz normaler endfett der auch nur irgendwie bis 20 volt oder so kann und der sieht jetzt im prinzip am geld ja nur die zwölf volt über diesen widerstand den wir da oben haben als pull up und wenn wir jetzt hier unsere spannung drauf geben dann ziehen wir entsprechend hier den punkt gegen null volt und damit schaltet sich jetzt hier mein led streifen aus also genau das was ich haben will ja meine erste idee war ja das ganze an den raspberry pi dran zu hängen weil der ist ohnehin hier der läuft schon warum nicht mit benutzen naja das warum nicht mit benutzen habe ich dann relativ schnell gesehen wenn man nämlich online mal guckt anscheinend hat der raspberry pi tatsächlich nur vier kanäle die pwm können das ist dünn naja also man könnte da natürlich auch mit software pwm rum hantieren aber ich habe die dumpfe befürchtung das knallt dann ein bisschen mit der ansteuerung von meiner led matrix hier die möchte ich weiter benutzen können von daher ich habe jetzt keine lust da groß in die technik noch tiefer rein zu gehen um da irgendwie pins die pwm können noch mal frei zu machen oder das timing da so zu machen dass das dimmen jetzt nicht irgendwie negativ auf die led-wand auswirkungen hat also gehen wir den einfachen weg und holen einfach eine node mcu der kann das jetzt erst mal ein bisschen hier erledigen ist zwar ein bisschen nervig jetzt zwei geräte dazu haben die im prinzip das ding steuern aber wie gesagt meile faulheit siegt an der stelle der code selber ist einfach nur schnell zusammen kopiert ich habe einfach das http example irgendwie als start geholt das heißt der kümmert sich um die ganze wlan verbindung hat dann eine startseite wo die aktuellen werte ausgegeben werden und dann gibt es drei sachen wie man steuern kann wir haben einmal set mit einer zahl damit können wir entsprechend den direkt auf eine festgelegte helligkeit setzen und dann haben wir fade und fade time mit fade time sagen wir wie lange soll er ja dann entsprechend so eine rampe machen wo es dann immer weiter heller oder immer weiter dunkler wird je nachdem wo wir hin wollen und mit fade lösen wir das dann aus was ich sonst noch dabei habe ist hier ein mapping das heißt also der nutzt nicht einfach jetzt den wert den er berechnet geht also nicht linear dann entsprechend hoch oder runter beim fading oder auch beim set sondern nutzt hier eine look up table wo dann werte drin stehen das hat einfach damit zu tun dass unser auge halt helligkeitsschwankungen im dunklen bereich wesentlich besser wahrnehmen kann als im hellen bereich und hiermit wird einfach das ganze ein bisschen verschoben das ja das fürs auge quasi so aussieht als ob es linear heller wird und in realität ist es dann halt nicht so sondern im dunklen bereich wird es langsamer mehr leistung als im hellen bereich das ding ist komplett verbuggt aber ich stelle es natürlich wie üblich irgendwie unten rein in die video beschreibung wenn da sich einer mit dran probieren will war halt nur eine kurze sache jetzt muss der kram nur noch funktionieren also montieren wir das ganze dann mal zwischen dem streifen und meinem step up regulator das sieht jetzt alles ein bisschen wild aus aber am ende hier ist im momenten current limit von 10 milliampere drauf also da ist nicht wirklich eine große gefahr dahinter zumal es hier am ende im steuerkasten von meiner led wand versenkt wird da ist also auch das ding berührer geschützt was die temperatur angeht ja ich habe zwar keinen kühlkörper drauf aber wenn wir hier mal mit der wärmebild kamera gucken das wärmste ist irgendwie 47 grad das ist aber vom step up converter irgendeinen lasten widerstand da habe ich nicht viel mit zu tun hier vorne das 30 grad das ist der esp und wenn wir hinten gucken da ist quasi gar nichts zu sehen wo der transistor ist einfach dadurch dass so viel luft nach oben ist da braucht es gar keinen kühlkörper um den kalt zu halten das hier war jetzt auch im pwm betrieb wo er also die höchste leistung eigentlich zu sehen bekommt und wie sieht das ganze von draußen aus naja genauso wie es aussehen soll wenn der bastler sprach es werde licht dann wird's licht und wenn der bastler denkt das ist ein bisschen hell dann dimmert halt einfach runter also genau das was vorgesehen war und natürlich auch der weihnachtsbaum ist natürlich ip enabled und kann an remote einen ausgeschaltet werden also nur habe ich dann hier entsprechend meine lichterkette ich muss nicht mehr mit dem netz direkt verbinden sondern habe sie hier an dc dran was mir doch ein ticken lieber ist als da gleichgerichtete netzspannung draußen durch die pampa zu schicken hier so das ganze isoliert und mit current limit das ist mir dann etwas angenehmer und jetzt dann eben auch gesteuert und dimmbar mal gucken werde ich irgendwie mit meiner hausautomation verheiraten mindestens mal zeitgesteuert dass das ding nicht die ganze nacht durchleuchtet eventuell kann man es auch irgendwie mit dem wetter oder sonnen auf und untergang da kombinieren mal gucken die möglichkeiten sind da ja relativ breit gut licht leuchtet dekoration da ich kann mir jetzt einreden dass ich die lichterkette immerhin nicht komplett umsonst gekauft habe und für jetzt tut die kette dann das was sie in der weihnachtszeit auch soll ein bisschen so so